Mit dem Massenplan liegt das Kochbuch für die Entwicklung des Vierfeld-Mittelfeld vor. Dieser Massenplan nimmt das Leben einhauchen und rasch mit Berner InvestorInnen 300 bis 400 Wohnungen realisieren. Der nächste Meilenstein ist eine Abstimmung im März 2021. Wir holen einen Kredit für die Infrastruktur, für die Schliessung und gleichzeitig wollen wir uns Kompetenz geben, damit wir die Parzellen an die Investierenden abgeben können.